Musik Am Samstag, den 26. August 2023, versammelten sich über 50 Mitglieder des Ötzi von Grünland im Hotel Telegraf in Oberwart, um ein fröhliches Sommerfest zu feiern. Die Veranstaltung bot eine hervorragende Gelegenheit für die Mitglieder, sich in entspannter Atmosphäre zu treffen, auszutauschen und gemeinsam eine angenehme Zeit zu verbringen. Das Herzstück des Festes war zweifellos das exquisite Buffet, das eine Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten für jeden Gaumen bereit hielt. Das Sommerfest bot den Mitgliedern nicht nur die Möglichkeit, sich an den Gaumen Freuden zu erfreuen, sondern auch in anregende Gespräche und Diskussionen einzutauchen. Es war deutlich spürbar, wie die Gemeinschaft der Ötzi von Mitgliedern zusammenkam, um Erfahrungen auszutauschen, Geschichten zu teilen und neue Bekanntschaften zu schließen. Das Sommerfest 2023 des Ötzi von Oberwart war zweifellos ein Erfolg, der die Mitglieder näher zusammenbrachte und eine erfrischende Abwechslung vom Alltag bot. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ötzi-Familie und Unterstützer und Förderer der Ötzi-Familie, liebe Kinder, Es ist unglaublich, Ötzi-Familie und Sommerfest 2023. Das ist mittlerweile zu einer Fixveranstaltung geworden, so wie Weihnachten und Ostern. Also auch ein Familienfest, nämlich der Ötzi-Familie. Gestatten Sie mir, dass ich sage, wie wir uns freuen, dass Sie uns treu bleiben, immer wieder kommen und heuer sogar mehr als voriges Jahr gekommen sind. In dem Sinne, auf ein nächstes, schönes und viele weitere Sommerfeste im Freien, in unserer schönen Natur. Und bevor wir jetzt das Buffet stürmen, würde ich gerne noch unseren und an unsere Präsidenten bitten, ein paar kurze Grußworte an Sie zu richten, wobei mein Fokus auf kurz liegt. Ich danke Ihnen für das Kommen und ich freue mich, dass Sie alle da sind. Liebe Ötzi-Familie, liebe Frau Abgeordnete, liebe Vorstandskollegen, Es freut mich, bei so strahlendem Wetter euch begrüßen zu dürfen. Es war in der Vergangenheit nicht immer so, wenn ich an die Pandemie denke, da war es also nicht so leicht, sich nicht zu dürfen. Umso schöner ist es, dass wir uns wieder näher kommen dürfen. Ich möchte mich auch recht herzlich bei dem Organisationsteam bedanken, bei den Organisatorn, mit der Mara, mit der Maria, mit der Arbeit, dass Sie das wiederum so wunderschön gestaltet haben. Und ich hoffe, so wie gesagt, dass es wieder zu einer Stimmung kommen wird, dass es wiederum ein Fett wird, Sommerfest, besehnt. Und kurz als Kassen möchte ich Sie wirklich helfen. Guten Appetit und gute Unterhaltung. Ja, ich werde es dann kurz halten. Aber mich freut es natürlich auch, dass wir jetzt im Südburgenland hier sind. Es ist einfach toll. Früher war ja alles nur im Nordburgenland. Jetzt haben wir auch im Südburgenland herunten präsent. Vielen Dank an dich, Erwin, dass du das da organisiert hast. Das ist ja dein Baby quasi, das Sommerfest hier. Schon ein Kind. Danke an das Hotel Telegraf, dass uns das so gut supporten. Und auch vielen Dank, insbesondere natürlich Stellvertretenden an alle unsere Mitarbeiterinnen, an die Tamara, aber auch Nadine und so weiter, die den Kindertisch machen, dass wir immer ein gutes Angebot haben. Und es freut mich einfach, dass der ÖZIF wächst und wir nicht nur Sommerfeste machen, sondern wir auch euch unterstützen können. Das war immer das Ziel und das war auch die Vision einfach, euch allen, egal wen mit Behinderung, einfach den support zu geben, dass die Menschen wieder zurückkommen ins Leben, dass sie wieder Spaß haben, dass sie Freude haben, dass sie sich nicht ständig mit irgendwelchen Problemen beschäftigen müssen. Das wollen wir herausziehen aus der Familie. Das wollen wir euch abnehmen. Dafür sind wir da und euch den support geben, dass ihr das Umfeld bekommt, das ihr einfach braucht, um einfach genauso viel Spaß zu haben wie alle anderen. Das ist uns wichtig. Die Kinder sind dazugewachsen. Das ist natürlich für mich auch ganz besonders, dass wir hier auch Fuß fassen konnten und hier auch, glaube ich, österreichweit einfach ein super und vorzeigewürdiges Produkt anbieten können. Und ja, mich freut es. Wir sind ja jetzt schon knapp bei 1600 Mitgliedern. Also die ÖZIF-Familie wächst. Wir haben auch ganz viele, die sich aufgrund der Teuerung auch den Mitgliedsbeitrag nicht mehr leisten können. Aber wir schicken niemanden nach Hause. Das möchte ich nochmal ganz klar hier sagen. Wir werden für alle seine Lösung finden. Wichtig ist, dass es euch gut geht und dass ihr die Unterstützung annehmt. Und wir helfen euch wahnsinnig gerne jetzt auch in den neuen Büroräumlichkeiten. Das ist einfach unser Antrieb. Wir werden schon schauen, dass wir die Finanzierung einfach auch aufstellen. Das stellt uns immer wieder für Herausforderungen. Aber deswegen sind wir auch da. Das ist auch unsere Aufgabe. Also der Vorstand tut nicht immer nur schön reden, sondern wir haben natürlich auch die Aufgabe, dass wir den ganzen Betrieb aufrechterhalten und schauen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen und natürlich auch entsprechend politisch eingreifen. In diesem Sinne, ich wollte euch das noch mitgeben, wenn irgendetwas ist, wenn ihr mit irgendetwas unzufrieden seid, dann bitte kommt zu mir, sagt es mir, dass wir es verbessern können. Wenn ihr Danke sagen wollt, geht es bitte zu Tamara und zu den Teams. Also klare Aufteilung. Und jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Sommerfest und ich freue mich total, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Viel Spaß und guten Appetit. Ja. Ja. Applaus Ja, wir sind da wieder da. Ja, wir sind da wieder da. Ja, sehr gut. Ich bin immer der Link. Er, er, er. Immer. Ich bin noch beigensammelt. Das war so gut. Genau, ja. Wisst ihr was die Wespen träumen, wenn sie im Sommer fliehen? Sind Träumen von Apfelsaft, süß und fein. Da smücken sie gern, und runde sie ins Glaskrein. Flie, 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 flie. Flie, flie, flie. Flie, flie, flie. Flie, flie. Flie, flie, flie. Flie, flie, flie. Flie, flie. Jetzt kommt die Einlesung. Entweder du so halten, oder da halten. Ja. Flie, flie, flie. Flie, flie. Was sagst du? Flie, flie. Flie, flie. Flie, flie, flie. 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 Musik Musik